. . . . d ? und fahren hier nach Frankfurt, und wir sind hier, und wir sind hier, und wir sind hier, und wir sind hier. Das ist in der Hände, wenn er will, ich will nicht in den Ball, ich will doch nur ein Tor, die Luft, auf die Lungen, ei, 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 ei. ECK ist das Auto, wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz ein Schuss, ein Tor, Ein Tor, die Laufbahn, die Laufbahn, hei, 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 hei. Schätze, geistes Landen, wir singen, wir kassen, auf jeden Fußballland. Ein Schuss, ein Tor, die Laufbahn, die Laufbahn, hei, 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 hei. Ja, nochmal ankommen im Frankfurter Volksparkstadion. Heute hier zweiter Fußball-Bundesieger. Und was war das bislang für ein toller Schart im 2015 aus der Region Frankfurt-Sicht. Der Sieg hier vor 14 Tagen. Den Klub ging 2-1 und dann am vergangenen Wochenende, muss man schon sein, war gesuchter Wiener. Da habe ich auch, was jetzt wurde wieder so langsam ausklingt. Es naht ja der Frühling von Merskets. Aber ich habe gesagt, dass es kein Wiener Wiener ist. Das ist cool, drehlich, am Tragen, ein bisschen den Zopf rein, wenn einer die Haare ein bisschen länger hat. Sehr schick, natürlich ganz im RSV Frankfurt-Sicht. Ich hoffe, dass es mit der Kamera reinfragen. Wichtig schön. 1495, das Wiener, oder sagt man die Wiener, der Wiener. Auf jeden Fall, die Wiener, der Wiener. Anfahrt WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Schügel-Lö-Lö, FCK Schügel-Lö-Lö-Lö, FCK Schügel-Lö-Lö. Applaus Ja, 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 ja. Ole Ole! Ole Ole! Kämpfe Leute! Kämpfe Leute! Kämpfe Leute!